Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch drei coole Outfit Glitches, zwei Outfit Glitches und ein Animationsglitch. So Leute, der erste Glitch ist, wie man eine Gasmaske ohne den Anzug drumherum bekommt. Und zwar müsst ihr dazu in das Bekleidungsgeschäft euer Wahl gehen und dann ein Overall kaufen. Dann findet ihr unter Outfits, Raubbefall Overall und da kauft ihr euch irgendein Gelb, Schwarz, Weiß oder Blau. Wenn ihr dann das habt, geht ihr in den Inventar und zieht einen Schal an und wieder ab. Wenn ihr das getan habt, seht ihr schon, ihr habt die Gasmaske ohne den Anzug. Wir sehen uns dann beim Zeitenglitch. So Leute, der nächste Glitch ist, wie man beim Cabrio Nazare, ich weiß, das wird wahrscheinlich auf Italienisch anders ausgesprochen, aber wie ihr da das Dach bzw. den Kofferraum-Effekt, was ihr dazu machen müsst, ist, ihr geht in das Cabrio rein, macht erstmal das Dach zu und wartet, bis es zu ist. So, wenn es dann zu ist, macht dies einfach wieder auf. In diesem Moment drückt ihr einmal das Touchpad lang, 8x nach oben und dann einmal nach links. Wie ihr hier seht, das geht dann direkt auf Fahrzeugtür und Kofferraum. Das drückt ihr dann und dann glitcht es so rum und der Kofferraum wird eingefahren. So Leute, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Animationsglitch und wir sehen uns beim Glitch Nummer 3. So, das nächste ist, wie bekommt ihr eine Weihnachtsmaniacke nach dem Weihnachts-Update-Patch? Was ihr dazu braucht, ist ein Kumpel, der VIP ist und ihr müsst Leihwächter davon sein. So, der nächste Glitch ist, wie bekommt ihr das Santa Saco? Dazu braucht ihr ein gespeichertes Ausfit mit einem T-Shirt. Das hat, glaube ich, jeder oder dann kann jeder eins machen. Und da braucht ihr noch ein Outfit, das könnt ihr gerade bei euren Outfits kaufen und zwar Raubefall Minimalist Allglatt. Wenn ihr dann das gemacht habt, geht ihr in den Inventar, zieht das an, wählt das andere aus mit dem T-Shirt, aber nicht anziehen, nur auswählen und switcht dann zwischen den Schälen. Euer Kumpel stellt jetzt die Klamotten auf, VIP und dann wieder auf eigene und ihr habt das Santa checket. Das ist ein sehr einfacher Glitch, ist jetzt gerade nicht ganz so gut erklärt gewesen, aber auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao! Ciao!